liebe zockerlounger herzlich willkommen zurück bei den siedlern 3 und endlich 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 nach gefühlt 100 folgen läuft unsere produktion und wir konnten unser städtchen bauen sie bauen noch aber alles wichtige ist jetzt eigentlich geboren die produktion kann jetzt inlaufen und kriegen hoffentlich ganz viel militär werden in den arsch treten von zwei seiten hier können wir eine gruppe bilden steuerung 1 die dann mal hier drüber lautschen darf keine gruppe daraus gemacht noch mal runter das bleibt da haben wir noch genug sieht naja geht doch mal steine werden dann langsam wieder knapp aber die könnte ja hier noch ein bisschen holen und du bist ja du bist ja lustig jetzt will ich das ding hier einnehmen so alt 1 wo stelle ich euch hin ich stelle ich mal irgendwie hier rein jetzt müssen wir gucken dass wir mit euch auch noch irgendwie ein squad zusammen kriegen aber lauf bitte nicht auf sein land und provoziert ihn schön fällt mir schwefel hab wieder runter gekrabt na gold sieht nicht so aus aber bestimmt gibt es hier unten noch da gibt es auch diamanten ok leute rennt mal hier runter auch wenn es schwer wird leider fehlen jetzt wieder steine aber sonst wird ja eigentlich ich hab jetzt auch viel gebaut ne einen stein noch den wird er da auch noch irgendwo herbringen die minen ja ok da sind schon mehr steine die fehlen das ist wahrscheinlich nö natürlich können sie sogar fertig bauen aber bei der planiere haben wir jetzt na 20 21 wieso habe ich hier eine werkzeugschmiede gebaut ok dann brauchen wir definitiv noch eine waffenschmiede minimum ich bin überlegen ob ich eigentlich auch zwei bauen könnte aber eine kannst du mal gefahrlos noch bauen auf geht's so der Vondralangriff hier auf den Turmdeck ging ja komplett in die Hose hier hat er keine Bogenschützen drin mal gucken was er dann macht die KI ist ja komplett überfordert wenn sie von zwei Seiten eingekriffen wird und was macht ihr ihr seid auch komplett überfordert hier rüber zu laufen oh je wisst ihr was Gruppe 1 läuft man da weg ich habe wenigstens zwei von euch durchgeschafft aber ich habe das alle irgendwie ich habe ein neues Goldlager eigentlich schon ne ich habe eigentlich zwei bauen Gold Gold so der wird da fehlen immer noch theoretisch bringt er doch von hier den Hauptenstein runter oder das zieht sich jetzt halt wieder ewig Angriffsstärke 72 wird wieder ein paar Wappen da oh Steine dabei wichtig jetzt kriegt man nicht einen Siedler 3 ne was will ich mit dem ganzen Scheiß Honig ich scheine immer noch nicht annähernd genug Wasser zu haben fällt mir gerade so auf dann bau doch nochmal zwei so so oh oh was sollen die scheiße ein Hammer das gefällt mir ja gar nicht bauen wir auf jeden Fall mal Diamanten was zur Hölle weil ich die nicht voll besetzt habe irgendeiner seid alle nicht fertig wir holen mal sicherheitshalber Gruppe 1 zurück und lassen euch hier mitkämpfen aber das hätte ich doch verteidigen können schauen wir mal was passiert ich glaube diesmal hat er sich verschätzt öde und um Turm die ist ja eh nicht fertig erstens habe ich eine viel höhere Angriffsstärke dieses Mal die Verteidigung ist eh immer 100% Ja, er geht schon wieder. Ey, kriegt ihr hier eigentlich meine Priester? Ich glaube, ihr hängt. So. Dann kann sich Squad 1 wieder hier runter bewegen. Dann müssen wir das Ganze mal wieder ein bisschen ausdifferenzieren. Hier jagt noch ein bisschen, okay. Ich hole dich dann aber auch zurück. Ab ans Lazarett. Jetzt haben dich alle hier im Wald befranst. Greift der einfach so an? Was wollte ich tun? Ich wollte... Was wollte ich tun? Ich wollte Diamantenminen bauen. Äh, äh, hier, Edelsteinminen heißt das Ding. Checkt mal hier drüben. Ich brauche noch eine. Und ihr braucht ja Fisch. Das heißt, ich baue dir direkt hier noch zwei Fische hin. Und, haben wir Angeln zufällig? Äh, nö. Mach du mal hier zwei Angeln. Fangt ihr da eigentlich beide an? Ja. So, und du bist fertig. Und so langsam... Also wenn hier immer noch Steine püren, probiere ich jetzt nicht noch irgendwie ein großes Wohnhaus setzen. Wird hier eigentlich gekämpft oder wird hier gearbeitet? Und wie ich das trotz der Aussichtstum nicht mitgekriegt habe, dass er hier mich angreift? Was tust du? Fischer, bitte. Was tust du? Finges. Ach, wie ich dich gerne angreifen würde? Oh, ich kann nicht. So, hier werden Sachen fertig. Dann mach die mal voll. Genau, und der Rest gibt mal schön zu einer Zeit. Nur nix verschwenden. Die Wasserwerke haben es geschafft. Die Lager haben es auch schon geschafft. Irgendwie die Getreideform habt ihr vergessen. Die Minen haben es geschafft. Shit. Und die fördert nicht mehr. Aber wir sehen, da ist noch irgendwo Gold. Bam. Ja. Gold haben wir nicht so viel. Hier seid alle jetzt besetzt. Teilweise auch mit T3. Okay, passt. Da muss der erst mal durchkommen. Und ihr findet... Oh, schön. Erst mal bauen wir hier noch eine Edelsteinmine hin. Und dann... Grat. Eins. Hier haben wir auch noch eine hinbekommen. So, jetzt eins. Zwei. Jetzt habe ich meine Spitzhackenproduktion halt auch gar nicht mehr im Blick. Nein. Gold. Gold. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf Minen sind hier im Bau. Spitzhacken haben wir drei. Dann mach jetzt halt nochmal zwei dann rechts. Ein paar mehr Fische hier unten wäre nicht schlecht, ne? Ich glaube, mir fehlt immer noch Kohle. Also, Mädels, das wäre auch nochmal geil, wenn ihr mal die ganze Kohlestelle hier noch erschließt. So, und jetzt ist die Getreidefarm auch fertig. Prima, dann können wir jetzt auch... Wir sollten auch dringend anfangen, das große Wohnhaus zu setzen. Das nächste. Wir haben Puffer. Hier steht noch ein Haufen Siedler. Schneide! Was ist denn der Rest? Spitzhacken? Jetzt haben wir auf jeden Fall genug. So. Okay. Okay. Er probiert es wieder. Das heißt, ich könnte schon mal in die Richtung laufen. Dadurch, dass ich die hier wegziehe, schreibt er mich an. Das heißt, er ist wahrscheinlich aber dann später, wenn ich den Römer angreif, dann muss ich auch damit rechnen, dass er kommt. Fangen wir gut. Aber diesmal falle ich dir in die Flanke. Mal hier hoch. Vielleicht sollte ich dann doch irgendwo hier einen Aussichtsturm bauen. Hier Türme retten. Das geht nicht. Egal. Da schießen so viele Bogen auf dich. Ja, mach nur. Renn rein. Vor allem, die sind so lang gestreckt jetzt. Natürlich durch die Enge. Wehrt ihr euch überhaupt, weil ihr da unten kämpfen wollt? Lauft ihr hier nicht eh planlos vorbei? Ist nicht die KI eh so doof? Mal gucken, ob er die angreift. Ja, tut ihr schade. Das war dann... Blöde. Okay. Habe ich auch jetzt strategisch zu weit aus dem Fenster gesehen. Aber eigentlich sollte ich jetzt direkt den Regenschlag anziehen. Ohne geht's. Wir hatten schon genug Nachproduktion. Tötet sie, auch wenn ihr hier alle fest hängt. Das fühlt mich bescheuert aus. Mach schnell. Da ist nicht mehr viel mit Gegenangriff, was? So, jetzt töte ich sie. Oh, da darf ich jetzt aber... Alles verloren? Jetzt geht die ab. Das war aber auch nicht der Plan. Hä? Weggebeamt? Hier stehen ein paar. Toll! Jetzt greifst du mich... Ja. Ohne Schwertkämpfer wird's jetzt aber schwierig da unten. Das ist simpel. Kann ich wieder meine Ritter irgendwo einsammeln? Dann lauf mal vorsichtig da rüber. So, lass mal vorsichtig hier rüber. Stehen hier welche? Toll. Auf jeden Fall ist das ungefährlich, was da jetzt noch kommt. Glaub dich mal. Wenn du hier an meiner Kassamme steht, ist das ein bisschen scheiße. Komm, lauf zu denen hier rüber. Schön da durch. Die müsst ihr erstmal einnehmen, ne? Jetzt teleportiert er die wieder weg. Die ist hier alle. Alle. So. So. Hochlaufen. Du bist alleine. Wie geil. Ich feiere das. Ihr habt den Turm eingenommen. Komm. Vielleicht reicht es ja für den auch noch. Zu doof, ne? Oh, oh. Und der Blaue sammelt sich. Der darf jetzt natürlich nicht kommen. Wo wird hier wieder gekämpft? Irgendwo matscht ihr euch noch. Und? Reicht das? Oder ist das? Boom, boom, boom. Nervt, ne? Ups. Jetzt haben wir mit Windows geklickt. Nichts passiert. Geil. Das ging mal gehörig nach hinten los, würde ich sagen. So, weiter. Nächsten. Wenn ihr alle hier bei mir habt. Ihr holt mir Steine ab. Schön auslaufen, bitte. Scheiße. Oh, oh, oh. Aber er geht wieder. Nia, gleich mal ans Lazarett. Puh. So, oh, du schlackst. Du wirst jetzt, wenn es gut läuft, den hier auch noch. Komm, jetzt kämpft man auf meinem Gebiet gegen dich. Drogenschützen rein. Und wenn ich welche hab. Hab ich auch. Können wir noch einen einnehmen? Vielleicht, ne? So, nächster Turm. Ach Gott, das feier ich grad. Das ist mal richtig scheiße gelaufen für ihn. So, und langsam kommt auch alles weggebeamte wieder zurück. Jetzt ist dann Schluss. Für mich. Der kommt gleich wieder, ne? Jo, wir gehen mal auf mein Land. Hehe. Können wir hier stehen. Ist das Ding fertig? Noch nicht. Jetzt machen wir auch gleich das nächste. So. Der Turm müsste dann eigentlich... Gut, wir haben keine Schwefe, ne? Naja, überhaupt ist hier nichts fertig. Kohle, 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 Leute. Guckt mal. Hier. Weiter. Ne, er zieht sich zurück. So kann's laufen. Das hat mich natürlich auch wieder unendlich zurückgeworfen. Jetzt haben wir mittlerweile Angriffsstärke. Okay, wir gehen Richtung 80. Das ist auch schön. Wir haben jetzt natürlich hier auch nur noch Tier 3 stehen gleich. Das ganze Winter werde gepackt, ist abgemurkst. Und bringt ihr noch Steine runter. Aber... Na ja, die göttliche Gabe wird jetzt auch langsam sehr teuer. Aber gefühlt brauchen wir noch einen kleinen Tempel. Und hier bestimmt auch noch Unikrum fahren ohne Ende. Ja, geht eigentlich. Da. Noch ein kleiner Tempelwerk holen. Der Stein, kommt der hier hin? Jawohl, dann wird das jetzt hier auch fertig. Den habt ihr auch gebaut. Dann brauche ich eigentlich hier auch noch einen. Dann hat er das besser einsehen können. Können wir eigentlich auch hier irgendwo... Ja. Macht das Sinn? Nein. Hier habt ihr gebaut. Okay. Und da wäre noch eine sehr gute Kohle-Mine. So, der produziert überhaupt noch sehr gut. Nicht. Jetzt machen wir gleich noch zwei. So, macht man hier irgendwie in der Mitte weiter. Edelsteine, Edelsteine, Edelsteine. Ja, ja, ja. Was fehlt? Nichts. Doch. Irgendwie Eisen jetzt. Wie kann denn das sein? Liegt doch alles rum. Jetzt muss ich auch mal jemand holen, ne? Wo sehe ich, wie viel Militär ich habe? Hier wahrscheinlich. 100, äh, 1008. Das ist... 39. 42. Ja, das steigt schon gut. Nächste Kohle-Mine dahin. Da habe ich eine gebaut, da habe ich eine gebaut. Ja, okay. Wird schon. Komm, Steine. Ah, dann halt Waffe. Ach. Schon wieder? Dein Ernst? Lass mal kämpfen, aber bei meinen Turmen. Und beam doch gerne wieder meine Ritter in dein Land. Hier zu denen am besten. Was du davon hast, musst du schon sehen. Der hat hier keine Bogenschützen drin, ne? Oh, Priester. Geht mal irgendwo. So. Jetzt müssen wir vielleicht noch mehr Türme bauen. Wo kommt ihr überhaupt dran? Geht sich falsch an? Ja, toll. Feigling. Was? Ich vertraue meiner Mauer. Noch nicht ganz. Macht das Sinn? Wahrscheinlich nicht. Haben wir hier noch drei. Haben wir hier noch einen rein. Und machen wir hier noch einen rein. Wir müssen jetzt nehmen mal ein Squad und schicken ihn mal hier rüber. Ich will diese Diamanten haben. Von daher los. Macht mal hier rüber. Alle, die da jetzt nicht mitgehen. Ihr geht dann gleich zurück. Und das wird ihn natürlich wieder nötigen. Wahrscheinlich beide mich anzugreifen. Aber wie gesagt. Die Mauer ist schon ganz gut. Ich will hier mal heilen. Dann müssen wir halt doch erst gegen den da oben kämpfen. Mein Gott. Dann ist es halt so. Vor allem wenn du so eine Flotte losschickst. Oh. Und eine halbe Stunde ist rum. Liebe Zockerlauncher. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. In dieser Neverending Story Mission. Das wird auch noch ein bisschen länger dauern. In diesem Sinne. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.